Herzlich Willkommen zu wo ich auch der Engel wird oft hängen ist mit der Adamski da hallo und ich will Kruise aufbauen n vor allem weil jetzt eine neue Waffe drauf hast ja ne ich hab nur neun Turm und die neue Waffe habe ich noch zu wenig Erfahrung da 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 der Kürtel dann Sankt Börnz war am Rat am Darm hatte kleiner Fehler und Armland an sie haben bekommen und dann so an Bord an Bord an Bord an Bord an Bord an Bord Pappapp der Lukas hat gerade gefreut ist er ehrlich hat Kratzer gefragt wer ist dann hat oben zur Dau Keiner Ja Warte, schreib mal grad zurück Ich hab dem gesagt Der soll heute Abend noch Dings aufnehmen Bad Also ich hab dem eigentlich Vorhin schon geschrieben Der soll noch ein bisschen Dings aufnehmen, du weißt schon Genau Der Thor hat zu mir gesagt Guck dir mal das Spiel an und sag mir wie du es findest Ich hab bestimmt Bei den letzten drei Tagen jeden Abend Hat er mich dann nochmal gefragt Und hab ich dir angeguckt, ich so, welches Spiel Die Web ist neu, die fahren wir jetzt das erste Mal, oder? Ja Ja, ist ja geil, wo fahr ich rum? Wir fahren rechts Also links Rechts Also links Genau, Lukas links Alter, so ein Arschloch, ey, der versperrt mir den Weg Fick dich Fick dich Lukas, lass es Ich hab extra vorbeigeschaffen, war gezielt Ja, ja Das auch Das auch Alter Ganz ehrlich Vonne Witz Tja, Lukas Würde ich mal besser hingucken Gucken, wo der entferscht Oh Mann Jetzt häng ich hier aufrecht Nee, dann An rechts Hilfe Hilfe Umkehren, weil alleine ist es hier schwachsinnig Wieso, ich bin noch da Ja, genau Was man sagt jetzt weißen Wir sind zwei Tier 3er, wir spielen gegen Tier 5er Ja und? Das bringt gar nichts, Lukas Das vorne ist doch schon der erste Ja, einfach vorsichtig ranfahren Und dich schon zerbomben lassen Oder Du deckst den auf und lässt den zerbomben So, anvisiert Ich muss nur noch gucken, dass ich ihn noch treffen kann Ja, siehst du, so macht man das Ich fahr hier vor Deck den auf Und ein anderer tötet den Ist doch voll geil Den Will ich Ja, toll, meine Kette ist jetzt kaputt Weil ich gegen den gefahren bin, dann hat er mich kaputt geschossen So ein Mongo, ey Adamsky, was machst du? Schau, ich hole mir den Kill ab Du bist ein Arschloch Warte, war ein Rang von dem Panzer Tier 4 Ja klar, ey, du kriegst ihn nicht natürlich nicht, ey Ah, naja, weil du es ja auch nicht kannst Hübel, du? Das war ganz ehrlich, da war der Panzer, den ich so geil runtergehauen hab, ne? Ich weiß Oh, kommt man hier nicht mal durch Doch, komm, doch, geh, fahr über den Berg Dann fahr halt nicht über den Berg Nur mal da hinten ist ein Ein Arschpanzer One, jetzt bis so One hit Zicht mir noch was ab, oder war das ein anderer? Ne, von anderen, von 100 pro Bam Bam Ich bin gleich tot Ja Du kommst saugut bei dem von vorne durch Lol Alter, du bist so ein Mongo, ne? Was? Du bist so ein Mongo Ja, Lukas, ich kann das halt, ne? Du bist so ein Mongo Mit 8 Leben, das war Skill Du bist so ein Mongo, da hier vorne, der Stuck da Was? Stuck 2 Stuck 3 3 Gibt auch ein Stuck 2 Ne Ist der Stuck gut? Äh, ja Wo krieg ich den? Deutscher Jagdpanzer Oh, geil, dann hab ich den ja auch irgendwann Genau, Deutscher hat hier 5 Jagdpanzer Oh, geil, was ist der 4er? Äh, Hetzer Hammergeil, geiler Name, ey Ne, ist das nicht So Jetzt stirbst du Ne Doch Fick dich Fick dich Fick dich Fick... Ah, ha, ha, ha Scheiß, Sextone, doch, Alter Sextone, Sextone Was willst du? Bt2 T, wat, wat ist da von Rang? 2 Okay, dann fahr ich nochmal hier T8 Ne, den will ich schon nicht Wohl, hab ich da jetzt schon die neue Kanone Ah, ne, hab ich schon nicht, ich hab der T4 irgendwie für was andere ausgegeben Hier, ich will den fahren Kann ich auch schon fahren Boah, ich hab das grad gehören Du warst kurz vorm Kotzen Ja Ja, kurz 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 Ah Fahr mal wieder über den Berg Über den, ne, ich hab nur einen T26 Menno Der ist so langsam Menno Du hast, kann das sein, dass du irgendwie von deinen sieben Panzern acht schnelle hast? Ne, aber fünf Wie, fünf? Ne, ne, eigentlich nur drei schnelle, oder? M30, Bt2 Hat's eigentlich so die zwei schnellsten, die ich hab Ja, ich hab nur den Cruiser, der wo schnell ist Dann als Jagdpanzer Alter Die wollen mich doch verarschen Hab ich halt den französischen und den, äh, deutschen Ansonsten hab ich doch keine schnellen Panzer Ne, Artillerie, äh, hab ich halt den anderen Ich hab nur Bt2 und M30 Und dann, ich find so mittelschnelles Hier, der T26 und der T18, glaub ich Ich hab da noch Ah ja, doch Ah ja, und der, ähm Der D1 Ja, okay, das ist ne Schnecke Mhm Also, der, der, der ist schon kriminell, wie langsam der ist, ey Mhm Der fährt nen Berg mit 2 kmh hoch Drei Ja, kann auch sein So, erster Kill Ich auch Ey, wie geil, Alter Wir sind die Kings Der kommt gleich mal ins Waterkill Sage ich doch wo und nennen nennen er da wird man tot mein Tod mein Tod ist mein sicherer Tod wenn sich aber tot es war so klar mir und ich habe einen kill ja ich habe auch zwei kills was aber nicht mehr wie ich eine bei der Scheiß AT 18 an kam und ich würde mal auf Berg aufpassen weil da kommen jetzt gleich Panzer hinunter drei stücken genau zu sein weil der andere der PZ 35 steht das nicht geregelt bekam man ich wollte da jetzt habe ich mich zu viel das ist scheiße da stehen drei Panzer ich will irgendwie alle kriegen und kriegt mir natürlich gar keinen tja behindert na egal gehen wir mal ein bisschen einnehmen das ist doch schon mal ein schöner tagesstieg ich habe letztens hier auf der map gesehen also habe ein Video gesehen da ist einer da hinten irgendwie so reingefahren aber wo war das hier ich habe eine Garage tolle Garage ja ne nicht mehr ich bin noch drehen ich bin noch drehen ich packe rückwärts ein ja jetzt müsste du da nur noch beim ersten Mal klappen und dann wäre toll so ich habe eine Garage nicht jeder hat eine Garage nicht jeder hat eine Garage äh du hast ne Panzer wie viel Rang drei Panzer hast du jetzt bitte schon vier alter ich kann mir auf dem jetzt auch mal hier eine neue Kanone einbauen und jetzt brauche ich noch 800 für den t46 ähm ich habe erst drei das ist dein vierter jetzt ne was ja mein vierter t3 ja so da kann ich jetzt endlich hier die Kanone kaufen ich würde jetzt gerne mal t18 fahren ja warte eine Runde geht glaube ich in der Folge noch ich habe ich mich verglichen t18 möchtest du fahren dann möchte ich mal weil auf dem brauche ich jetzt auch nur noch tausend einer noch bereit ja habe ich doch ja ist ja schon okay ja dann sei ruhig ja komm sei doch ruhig Lukas Adamski halt dein Maul wenn du mit mir redest Lukas ja Lukas ja Lukas ja hallo boah ich mache mir glaube ich gleich so eine richtig geile Lasagne ich glaube nicht wir haben ja noch einen Auftrag zu erledigen was denn deine Mami fertig machen ja die die schiebe ich mit der Lasagne in den Ofen mhm okay oh schon wieder so ein großes ne was ist denn das für ein Name FCM 36er pack 40 wieso kann man denn das einfach Panzer nennen dann würden hier so viele Panzer heißen mhm halte im Maul nö 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 ist mir grad die Lust dazu vergangen so alter der T6s-Wand hat ja schon ein Trommel-Magazin das ist doch der Russische denn ich auch hat ja auch wie viele Panzer gibt es jetzt eigentlich insgesamt cuttet jeder Panzer irgendwie so ein Trommel-Magazin in der Anfangsstufe fast viele fast viele Ja, ich weiß, war jetzt cool gedeutscht, ne. Cool gedeutscht. In der, äh, in den kleinen Gruppen eigentlich viele, aber in größeren. Ja, größeren? Nein, in größeren Gruppen nachher ist das ein bisschen, äh, ist das ein bisschen anders da. Der coolste hier, der hat mich, wir waren auf Kollisionskurs und dann fährt er einfach vor mir vorbei gegen den Stein. Wo hängst du dann rum? Hinter dir. Oh, du lahmgehörig. In dir? Ne, in mir, das kann nicht sein. Meinen Metallkern hast du noch nicht durchbrochen. Ich kann nur in deinem Metallkern, äh, dir eine Kanone so oder, ja, so, ein Schuss Rektal in den Anus schießen. Nein, das, das lassen wir lieber. Tug mal, da vorne ist in China. Krieg, alter, das war heftig. Das hat sich ein kritischer Treffer gemacht. Voll geil, ey. Ich finde die Kanone, die neue hier auf dem Panzer, jetzt schon so gut ist geil. Die war die 26.000 Kreditpunkte echt wert, ne? Ist das so eine Noob-Gun? Mhm. Der Noob. Der Noob an sich sitzt ja hin am Panzer. Achso. Wo schießt der? Alter, mir hat ne blauen im Team, der hat nicht umge... Ne, hat er eigentlich stirbt, aber egal. Ja, da vorne kommen zwei oder sogar drei Panzer. Alter, wie der einfach um die Ecke gehuscht ist. Alter, und den Panzerjäger auch noch kaputt macht, ne? Ja, er lasst zurem in die Garage gehen. Voll krank. Ey, warte, ich will noch grad sehen, wie der da hinten den LTP auch zerfetzt. PZ1C, was ist denn das für einer? Was, ey, weiß ich nicht. Guck du doch, ich weiß nicht alles. Ja, so machst du aber grad immer. So. Naja. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.